Hallo Leute, willkommen zu einem The Floor 2 Special! Wir treten in Schwede den Weg des Schicksals an. Noch mal in aller Folge. Eins Entdecker! Wer fischt, der findet! Angelmeister! Yay! Essenslieferant! Du bist bei sieben. World fastest guy! Ist mir klar. Vorsorger! Oh, da hinten ist die Teleporter. Da hab ich roten Menschenfisch gebracht. Ne, das war mit Kohle. Essenslieferant war. Ne, Bücherwurm. Da bin ich's. Intelligenzbestie. Das war das Quiz. Legendenbändiger. Okay. Der Weg des Schicksals. Papa bist du es? Mein Sohn, du hast mich gerettet. Ich wusste, du bist alles schick. Schicksalschreiber mit CK! Schicksalhaften Erfolge freischalten. Dank dir lebe ich mit dir und dem Opa. Aber glücklich weiter. Das Gute ist, es hat sich gelohnt. Der Virus ist vernichtet. Glückwunsch! Du hast The Floor 2 zu 100% abgeschlossen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Okay, ich will's zum Opa. Ich will's zum Opa. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein gutes Let's Play. Review werde ich ein andermal machen. Wenn überhaupt. Weil ich habe ja alles gesagt. Schon werden's Let's Plays. Und ich freue mich ja schon auf The Floor 3. Was ist das nicht zum... Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Hey Noah, wie gut das du! Ich lache jetzt, wenn der Haut abfällt, wie bei seiner Mutter. Und ich sag, das ist das True-Ending. Okay, Leute. Das war's mit The Floor 2. Ich bin weg. Okay, das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Aber ich bin weg hier! Bye-bye! Bye-bye! Oh, jetzt speichere ich euch. Weißt was? Allein, weil ich es kann! Nein! Hahaha!